Herzlich Willkommen zu Bromi Real Talk. Heute geht es um Gottfried Würcher, den Sänger der Nockis. Er wurde vor wenigen Wochen Vater, aber bereits jetzt macht er sich große Sorgen um sein Kind. Denn Dr. Dr. Christian Mölscher, der behandelnde Arzt, hat gesagt, es könnte sein, dass sein Kind einen Herzfehler hat. Die Untersuchungen sind leider immer noch nicht abgeschlossen. Gottfried wünscht sich aber so sehr ein gesundes Kind und auch die Fans stehen hinter ihm und wünschen ihm und seinem Kind natürlich nur das Beste. Die Geburt verlief wunderbar. Es gab keine Komplikationen. Nur seit wenigen Tagen gibt es Probleme und deshalb befindet sich Gottfried mit seinem Kind im Krankenhaus, um das Ganze abchecken zu lassen, ob doch nicht ein Herzfehler besteht. Das Ganze kann immer noch auftreten, sagt der Doktor, aber zur Sicherheit muss er noch wenige Tage im Krankenhaus bei seinem Kind bleiben, um wirklich auf Nummer sicher gehen zu können, so der behandelnde Arzt.